So ihr Lieben, hier sind wir nun mit dem neuen Tune of the Week und zwar den 45. am 6. November 2022 und dieses wird ein schöner Slow Air, den ich nämlich gehört habe, als ich mir die Competition im Internet angeschaut habe, die Solo Competition von Weikersheim, Slow Air Competition und da hat eine Dame dieses Lied gespielt, Lament for the Red Haired John. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis dann!